Mit dem Corporates Portal der LBBW haben Sie die Bankgeschäfte Ihres Unternehmens, wie zum Beispiel Kontostände, Zahlungsverkehr, Awalbestände oder Firmenkreditkarten, über einen zentralen und geschützten Online-Zugang immer und überall im Blick. Das intuitiv gestaltete Dashboard des Corporates Portals ist Ihr persönliches Kontrollzentrum und lässt sich auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse einfach und flexibel anpassen. Der modulare Aufbau gibt Ihnen dabei eine schnelle Gesamtübersicht und ermöglicht Ihnen zugleich einen direkten Zugriff auf häufige und wichtige Bankgeschäfte. So erledigen Sie diese äusserst effizient und selbsterklärend. Zum Beispiel können Sie innerhalb weniger Klicks Ihren Awalbestand abrufen sowie neue Awale oder Auswertungen erstellen. Ihre Firmenkreditkarten kontrollieren Sie direkt inklusive Limitänderungen. Auch auf Ihre Kontovollmachten, Geschäftsumfangsbestätigungen oder Ihr persönliches E-Postfach greifen Sie über das Corporates Portal zu. Und sollten Sie spezielle Anliegen oder Fragen haben, stehen Ihnen die Kontaktdaten Ihres persönlichen Beraterteams zur Verfügung. Das Corporates Portal der LBBW ist Ihr Tool für eine zuverlässige und sichere Steuerung Ihrer Bankgeschäfte. Heute und morgen. Bereit für Neues LBBW